ja moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den live legends wir fangen auch mal ganz von vorne an nein quatsch blödsinn natürlich nicht warte mal videos extras und dann bonus kapitel spielen jawohl moment da war der gestiefelte karte das ist der gestiefelte karte werden wir herausfinden wie er zu der box wurde vor langer zeit the people of suny will need to evacuate our town is in danger if we don't stop the giants they will destroy assault help us john giants do they really exist i must help natürlich hallo und da haben wir pinocchio der mann sieht sehr krank aus ich könnte ihm helfen das erst mal guck mal gucken es gibt auch hier versteckt achtung riesen an hinter dieser wand okay eigentlich wollte ich gerne da drei hier mehr eine katze damit die zweite katze das auch ein bisschen nach einer katze aus deswegen habe ich das aufgetatscht okay was haben wir da noch durch nicht da können mit angehen aber ich würde gerne erst ja wollen ja so was los hier natürlich hole ich ich bin nur gerade ein klein wenig irritiert die stimme also dieses mir geht so schlecht und so passt nicht so ganz zum und es war so passt nicht so ganz zu seinem gesichtsausdruck aber hey alles gut die medizin ist in seinem haus ich muss mich beeilen natürlich ach so ich muss vor allen dingen zurückgehen nach ist das sonst noch was mit meiner ne da ist nichts mehr okay dann lass mal gucken wir sehen uns hier erstmal um wir haben alle zeit der welt keine sorge es ist verschlossen mensch ja und das von allen seiten okay da drüben war noch was die zwillen nehme ich gerne mit oh es hängt nur noch am seidenfaden vielleicht kann ich es durchschneiden das sieht so aus als könntest du es durchpusten apropos davon ist das messer kaputt gegangen das war ja mega messer okay so das haben wir auch da ist nischt hier die gehen wir beiseite und da wird erst mal gewimmelt ich sag ja wir haben alle zeit der welt sprung feder feldflasche medallion halsband schlüssel sprung feder halsband medallion was ist das ein hammer für baum pfeifen hier okay so schlüssel monocle sprung feder feldflasche 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 sprung was ist hier mit der bürste kann ich mhm hier dran rumwischen cool mhm sprung feder so noch ein schlüssel pff was haben wir denn noch schaufel schädel ameise schädel habe ich schon gesehen glaube ich da ist die schaufel äh ja habe ich vielleicht auch noch nicht so genau gesehen da was haben wir da ich muss ein anderes teil finden wie jetzt für die zeit achso für die zeitung meinst du so okay ähm da ist der schädel schlüssel und ameise mhm also ich könnte hier ein grashüpfer anbieten zählt das auch hm schlüssel da oben und da ist die ameise okay so jay ich habe den schlüssel gefunden den er vor bevor er in den wald gegangen ist manche packen den unter die die fußmatte er wirft halt eben seinen schlüssel aufs dach naja ist so ja andere länder eine andere siten und so ne uh okay ist ganz nett das nehme ich mal mit und äh da ist die kiste noch das nehme ich mal mit und wo ist das bewegt dich nicht da hinten die uhr jawoll gut alles klar so dann gehen wir da mal ran hallo oh na kitty 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 alles klar kitty das ist meins mach das nicht warte das glaube ich jetzt nicht da hat sie drauf gewartet klar stopp du pelziger dieb hm ich bin zu schwach um ins wolkenkönigreizureisen die medizin hält mich gerade so am leben das hier ist meine letzte flasche John na spitze hm kitty eh so da können wir eine tor marke herstellen ok kann ich denn noch was anderes hier mitnehmen ne das brett brauchen wir nicht kein feuerhals kein feuer hm ein stein naja da drüben oje wo ist der griff der griff du meinst die griffe da fehlen ja ungefähr naja fünf eben ton oh warte mal ton kann ich das schon ne kann ich noch nicht reindrücken muss ich wahrscheinlich erst noch wässern oder so ne apropos wässern nein das geht nicht das stern emblem fehlt hier fehlt ja alles er hat sein haus sehr sehr gut gesichert bevor er gegangen ist ok gut machen wir draußen weiter ja toll kitty vielen dank auch boah ne ne noch mehr chaos und alles wegen einer katze warte mal ich hab doch eine schleuder ne das funktioniert nicht schade ok das ist da drin cool dann kommst du da dran wir sind alle nägel rausgesprungen und verschwunden sind die weggelaufen hm naja ok funktioniert gut ok cool jetzt sollten wir da oben dran kommen ne kitty na miau miau 6 nahrungsmittel 6 spielzeuge alles klar was definierst du denn so als spielzeuge karum oh was warum hab ich das getan warum mach ich das äh echt warum warum also wieso jetzt ok die dose ist versiegelt ja als ob da boah das ist aber eine sehr hungrige katze du ok äh spielzeug was definiert sie denn wohl noch als spielzeug käse isst du auch katzen essen keinen katzen obwohl naja hm kommt nicht häufig vor hab ich aber auch schon gesehen was kann ich denn hiermit machen ähm irgendwas festbinden spielzeug spielzeug da ist noch spielzeug mää ja kitty hier eine maus ok krass was noch das ist kein spielzeug das auch nicht äh mit einer schnucklöntes klappen ach so ja natürlich ja da war es nur noch eins magst du würstchen es ist eine komische katze ist die schwanger ja entschuldigung ich wollte jetzt kein schämen äh betreiben aber irgendwas ist komisch mit dieser katze pilze ok katzen die pilze futtern echt machen die das und hier na wetz deine krallen meduzin ja 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 mach's gut ja ok wir haben die medizin gefunden medizin hey ich geh trotzdem das nochmal hier ran kabums da haben wir nämlich voll das zeug und so ähm ok medizin voila oh ich weiß nicht warte mal ich war nicht an der erste wahl hm schmeichelhaft ich hörte davon ja ja hm you can get there through a portal in the forest was use the sleeping potion in my cupboard to neutralize the giant guarding it hast du schon mal versucht einfach zu sagen hi i bims ich brauche bitte eure hilfe ne ok na gut ja sehr schön ok warte mal da haben wir nix 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 da war nur die geschichte mit der mit dem da ok gehen wir wieder rein gut also hier kommt das sternemblem hin zack und da drin alle haben die siedlung verlassen Hilfe irgendjemand ich habe briefe verschickt und nach hilfe gebeten äh was um hilfe heißt das ich will hier nicht sterben ja dann solltest du vielleicht ich weiß nicht doch woanders hingehen hm ich sollte feuer machen ja gut ok das funktioniert erstaunlicherweise gut aber den ton könnte ich immer noch nicht nässen ne das wird noch nix ne hm muss ich da erst in ruhe rühren nein brauche ich nicht ok gut na schön ähm hier die Sternfigur zack Äpfel oh ok was ne ernsthaft hm das ist ja ne tolle Masche super ich habe einen schlaftrack für die riesen gebraut will demjenigen helfen der mutig genug ist und ins wolken königreich reist oh yeah wie du seht bringe die riesen zum einschlafen mhm schlaftrack und kaputte zur marke ok warte mal gucken musst du da erst reingedrackt werden doch ja ich muss die marke reparieren ach funktioniert das ok heiß heiß baby so nicht hier mit sondern mit dem ofen an schon genau jetzt kühlt es auch ab sehr gut ok habe ich denn hier noch sowas zu tun bevor ich hier jetzt wegschallürfe von dannen nix keine weiteren katzen und überhaupt was ist hier ok du ich bin ja mal weg ne also ich hau da mal ab hast du dich eigentlich mal gefragt wer ihn in diesen zustand gebracht hat ich frage aus reiner neugier hm na gut also hier da kommt die tormarke hinein aber da fehlen ja auch noch eine marke ist übrig achso so ah ok warte auf mich was folgen königreich wieso na entkomme aus der falle indem du dir seine so verschiebst dass sie sich nicht mehr kreuzen ähm wie jetzt so aber irgendwie oh warte mal kann ich die auch die kann ich auch verschieben sehr gut ok dann nehmen wir den ne obwohl doch warte ne keine gute idee hm auf die andere seite bringen ist wohl nicht ne ne also hier oben ist es irgendwie egal hier kommen wir auch mit klar und da auch das hier ist nicht so gut oder wenn ich die ganz nach unten schiebe ne ja ne keine gute idee hm das könnte funktionieren ne also am stressigsten ist halt eben dieser punkt ne warte mal geht das auch anders ähm diese hier kann ich doch auch verschieben ja bringt aber nicht wirklich viel also fällt das hier schon mal alles flach ja so der erste punkt wo das nicht mehr überkreuzt wie wäre das denn so ja kommt aber nicht ganz hin doch warte mal könnte hinkommen ah cool erreiche das wolkenkönigreich da bist du ja wer wie jetzt wer guck mal die ganzen fallen hier ah warte mal lass uns oder oben ist auch noch irgendjemand oder was überhaupt ähm ok ich muss hier wohl erstmal mal gucken bevor ich irgendwas machen kann na gut gucken wir mal ne ich muss nicht gucken das ist ja ein wirrwarr vielleicht kann ich es durchschneiden tja ich hatte ein spitzenmesser das hat wie du siehst spitzenmäßig funktioniert so dich nehme ich mit es geht doch so ne da komme ich nur nicht ran wo ist denn das ich verändere mich nicht hast mich nicht gesehen halt da nein da auch nicht da nein ah jetzt ja so das nehme ich mit was haben wir hier das steckt fest boah ne geht so ich dachte ich bräuchte noch eine Schraube aber hey läuft so oh nein zu hoch ich muss kreativ sein wenn ich an diese Tasche herankommen will ich würde sagen wir lassen sie da oben hm ich brauche etwas um den Knoten zu entfernen das ist doch eine einfache Tragetasche Ahle tatsächlich so dann komm mal her hm die Katze ist weg nein ich habe sie mitgenommen hi kitty na könnte ich dich mal in diesen Busch da schmeißen schade kann ich nicht eine Säge bringt auch nichts ok was haben wir hier bläh ok ich muss die Schlange verscheuchen mit dem Netz ne mit der Katze auch nicht mit ich ziehe eins mit dem ne nicht mit dem Schlaftag ähm ich ziehe eins mit dem Schuhacken über auch nicht ähm boah ist es eine moderne Katze nein schade ich brauche wahrscheinlich wie im Märchen üblich eine 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 verlöte ne ein gefällter Baum Mensch ein Baum stumpf ein Fliegenpilz hä das ist ein gefällter Baum ah Mensch so guck mal hier mit dem Netz das ist aber leider nur gegen gegen Insekten aber das funktioniert doch nicht gegen nein hätte mich auch gewundert ok hm hm wir gehen erstmal weiter ne oder warte mal sind da da sind keine Käfer dran da sind nur super lecker aussehende Beeren dran hm ok wir gehen mal weiter nun denn da ist ja das Portal zum Wolkenkönigreich und in der Zwischenzeit hat uns noch niemand angegriffen ja Mensch oder wir haben gar keinen getroffen nicht mal um einfach mal Hallo zu sagen ah nix 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 da ok hab sie gut so was haben wir denn hier da hat es doch eben geflogen Ameisen sie sind überall jetzt nicht mehr pst ein Spritzer und das genügt oh das riecht aber komisch hier das ist ein Tisch auf dem man Farbe mischen kann hm dann sollte ich wohl die Mahlsachen finden echt ok ja ist gut na gut was haben wir hier oje ok das sieht ganz gut aus aber dir fehlt irgendwie so ein so ein Armreifen ne ja das Armband ist nicht in der richtigen Position ja jemand hat das Armband geklaut nicht aber die Steine hm ok hier sind äh äh wie komm ich an den Draht ran mit dem Schürhaken oh das war knapp ok so mehr kann ich da nicht tun ok da hinten komm ich trotzdem dran interessant aha ein Kopf irgendwas mit Beeren Hinweis dieses Portal wird sich nur dann öffnen wenn ich einen Pinsel finde und die Steine bemale joa ok Blaubeeren Erdbeeren Kürbis Ananas oder sowas ähnliches was ist das hier das sind achso das sind Weintrauben das sind die Blaubeeren ja lecker alles lecker ähm Hinweis Beerenmarke nichts geht über äh keine Werbung hm so mehr habe ich hier im Moment ne warte mal doch vielleicht kann ich hier den Teller ab das sieht doch wie eine Palette aus ne noch nicht gut hm denn nicht du kommst hier hin zack oh warte mal Schleuder tatsächlich das ist fies ok also du kommst nein irgendwas möchte ich jetzt mitnehmen die Marke fehlt sag bloß was ist das denn eine Sichel hier haben wir nochmal einen Zettel wir haben Pfeilen für die Riesen aufgestellt aber sie waren nutzlos es wird Zeit diesen Ort zu verlassen wenn wir bleiben sind wir dem ja Untergang geweiht ok hm na gut eine Sichel warte mal so guck mal wie schön ah und ich habe das Fell mitgenommen ein Gefäß Beeren und ein Hinweis ok ich muss die aufgelisteten Beeren finden das war mega schwierig ich hätte die ich würde die ja nicht finden wenn ich nicht diesen Hinweis gehabt hätte ne also ganz im Ernst jetzt mal guck mal da sind nämlich auch Hagebutten dazwischen dann nach denen hätte ich einfach gegriffen und wer weiß Stachelbeeren oh doch Stachelbeeren und Physalis dann hätte ich ja voll die falschen Beeren mitgenommen die die nicht leuchten weißt du hm hm unmöglich so und so was fehlt noch oh noch eine Physalis da na jetzt ok cool ja Teller mit Beeren sehr schön die brauchen wir für die Farbe das hört sich doch ganz so an hier ist nichts weiter gut also zack jetzt das Zeug da rein Matsch 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 erste Farbe ja ok gut ok 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 gotcha sehr gut juhu was jetzt noch ich könnte ja einen Pinsel machen aber ich brauche Fell ich habe Fell da dran getatscht ok jetzt anbefestigen cool so hier drüben gehen wir mal das Armband zurück ich muss die Armbänder austauschen die Farbe der Kristalle sind ein Hinweis äh kommt hier wohl das grüne Armband dran hm vielleicht nicht so und so und so fertig ok die nehmen wir auch mit sehr gut wir haben drei Gewichte und alle Kristalle hervorragend die Kristalle batschen mir da rein äh Farbe Bürste färbe die Steine ein die Beeren dienen dir als Hinweis aha oh ne ich hä grün so grün 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 es grün zu grün wo grün ganz grün äh ne jetzt wird es komisch so das 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 ist auch noch einfach äh hier da und dort oh warte mal da fehlt noch ein dunkelblauer da fehlt noch zwei äh hm ist doch wohl richtig oder sind die Blaubeeren die blauen Beeren ist das so richtig plötzlich kommen mir Zweifel ich bin mir nicht sicher ob die mhm sind Brombeeren dunkler oder Blaubeeren hm naja so und Orange so und so und so ach guck mal da fehlt noch eine Erdbeere so nö scheint okay zu sein so noch eine Runde ihr Sicherheitssystem wird mich nicht aufhalten ich muss die Waage ausbilanzieren aber nicht bevor ich dieses Buch dann nicht hergeholt habe so Gewichte hm war nicht ganz richtig ne eine Ratte möchtest du meinen Freund kennenlernen? hm tatsächlich das funktioniert danke Kitty hm aha es ist Zeit die Riesen zu treffen funktioniert das überhaupt also ich meine im Märchen war es ja jetzt nicht so im Märchen gab es nur die Ranke und sonst nichts aber so ein Schnellreisepunkt hm ne ok da ist er ja wieder ha hier sind alle so groß ich komme mir so vor als wäre ich eine kleine Fliege das ist gut weil wir uns so leichter verstecken können so ähm lass mal sehen was ist denn hier da oben ist eine Katze also es gibt solche Sachen völlig jetzt wird die Musik wieder so dramatisch macht mich ganz nervös hier ist nix ne ne da komme ich dran und da oben komme ich dran so dann haben wir schon mal das ich muss den Schlagstrang zubereiten und dem Riesen ins Essen wieso zubereiten ich denke der war fertig bevor er mich bemerkt oh guck mal die Kartoffeln sehen aber lecker aus die Bratkartoffeln ja es sind nicht ganz Bratkartoffeln es sind eher Kartoffelspalten trotzdem sieht das lecker aus so und das jetzt was mache ich damit ok den hier muss ich nach unten ich muss überhaupt nix hier kann ich nach unten klettern ich kann die Trauben als Geschosse und einen Löffel als Katapult verwenden ok also 3 3 Trauben welche hättest du denn noch gerne 2 von 3 welche ist denn bitte die richtige Traube die du haben möchtest die ist es genau so die da rein was verwende die Pfeile um das Zielkreuz zu bewegen und die Befestigung der Glande zu treffen warum wird das Zielkreuz grün betätigt den Löffel um zu schießen ach schon liebe Zeit ok wo denn hin so so da so das ist doch die Befestigung nicht wahr so ist dir das grün genug ne ist nicht grün genug wo genau hättest du es denn gerne da oben ja halt da war es also auf dieses Mittelstück ja ok aha cool glaube ich ah fast ja wir sind fast da hier katsching ok aber wäre die Glande nicht super guck mal da sind das Tappzapfen oder Hopfen ähm wäre das nicht super dass ich da runterklettern könnte oder so das ist nur so eine Idee so katsching alles mit Weintrauben erledigt gefunden gelande naja ergattert möchtest du wohl sagen so ich bin bereit für den Sprung hui ja da oben komme ich trotzdem dran alle meine Brüder und ich kämpfen gegen den bösen Zauberer ich bin übrig geblieben mhm das ist bedauerlich aber vielleicht können wir dir ja auch helfen vielleicht können wir ja da irgendwas ausrichten da ist nix was haben wir hier ei ja nein die Pflanze sieht nicht gerade gut aus möchtest du dich da einmal austoben leider nicht da kommt ein Beton rein vielleicht kann ich den festbinden den Vorhang warte mal hier gab es doch jede Menge Bücher kommst du hier irgendwo rein nö scheinbar nicht hm na gut also da ist auch nichts 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 haben wir hier denn sonst noch was haben wir nicht gut Moment äh da gibt es nur das eine ne ok da gehen wir nicht hin aber hier wir kommen durch diesen engen Spalter unten nicht durch hm hm es werde Licht es braucht Licht wo ist die Abdeckung welche Abdeckung was schwebt hier vor oh da komme ich nur dahin hier so ich nehme ein Stück Kohle da mit da gehört ein ich glaube dass ein leuchtender Kristall fehlt das könnte sein ja und so lange kommen wir hier nicht weiter ne oh das ist aber dunkel hier hm können wir nicht den Kristall einfach mitnehmen tob dich aus hm nein schade und das wird vermutlich nicht so was einfaches sein wie wie das hier ok was machen wir denn hm hier ist nichts weiter kann ich hier irgendwo dran rum kritzeln jetzt nehme ich den ah ich nehme es mit ok hier fehlt das Buch jetzt geht das auch hm hm es wird gewimmelt sehr interessanter Tresor naja ok dann lass mal gucken Pinzette und eine Engelsmarke ok wir sollen 4 Symbole cool das kann alles mögliche sein 4 Symbole finden 2 Fische Medallion und Oktopus so Oktopus Medallion vermutlich äh Symbol nein Symbol mhm 2 Fische Sanduhr Munde und Krone 2 Fische Sanduhr Sanduhr Munde ich sehe hier Sterne warte mal was ist das denn ok da komme ich ran gut den können wir gleich gebrauchen das ist übrigens gar nichts ähm ein Fisch hm noch ein Fisch naja also gewissermaßen ist eine Seeschlange ja eine Schlange es ist eine normale Schlange keine Seeschlange mhm ok so nicht 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 gut was haben wir dann noch Mondekrone Kräerdolch das das äh Monde Krone Krone da ist ist das nicht ein Mond hier ein bisschen sieht es wohl nicht das hier sind Monde aha ok ja gut ist richtig ja 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 passt mhm was noch mhm Fisch Apfel und Rose das ist eine Lilie keine Rose ähm Fisch Apfel und Rose Apfel da er hat in der Hand und jetzt noch die Rosa wo ist die Rosa 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 du bist Rose nein du bist Rose auch nicht hm rosa 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 da ist eine Rose sehr gut hm gefunden Kastell na guck es wäre Licht oh es funktioniert an Spiegeln und Lichtern ja krass bist du sicher dass wir das zweite Ding noch brauchen weil naja da wird es halt eben einfach nur so hell so aber wir sollten nein noch nicht ist das dunkel hier es ist doch schon sehr viel heller wo sind denn hier gibt es doch bestimmt kitty cats ja siehst du es gibt hier kitty cats und irgendwas das eine nämlich und irgendwas was sich bewegt das ist jetzt so dunkel es ist ein Sternenhimmel da ist es zwischendurch immer dunkel hm das ist so man nennt es Universum oh da ist ja die Abdeckung ein Teil des Schildes fehlt na gut setzen wir das da drauf ja stimmt du hast recht die ist schon viel besser geworden ich hab mich getäuscht es tut mir leid so da nehmen wir nix von mit da oben ist irgendwas ein Juwel fehlt na haben wir die Symbole ich muss die Symbole kopieren gut haben wir Bauts Körbauts so aber eins fehlt noch hm hm niemand verlässt den Seil nein 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 da genau das war es ok so was haben wir denn hier jetzt bekommen Code Blumentrank ach interessant so du kommst da hinein ne und kamusch sogar die Blumen hier sind gefährlich äh wie komme ich an den Gegenstand heran mit der Pinzette krass hat funktioniert und da fehlt noch ein irgendwas zum festbinden hm naja gut da wird noch mal gewimmelt aber Leute das machen wir erst gleich gib mir einen kleinen Augenblick ich bin gleich wieder für euch da das machen wir oder schief das machen wir Untertitelung des ZDF, 2020